Hallo, von der Regierung und auch von der Europäischen Union hört man in Bezug auf Netzneutralität immer wiederhole Phrasen. Netzneutralität bedeutet im Grunde sehr vereinfacht dargestellt, dass niemand den Datenverkehr im Internet manipulieren soll. Hier mal eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages und wenn wir dann da runterfahren, dann sehen wir dann hier, die Gefahr ist die Einführung einer Zweiklassengesellschaft im Internet bis zur Zensur und Blockierung unliebsamer Inhalte. Egal ob es einem gefällt oder nicht, der Traffic ist nicht böse. Die Nutzer sind es. Glauben Sie mir. Ich kenne meine Kollegen. Politiker glauben das auch zu wissen, aber ignorieren es dann ganz gekonnt, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass es vielleicht nicht ganz so ist, wie man halt glaubt. Hier eine Meldung vom Heise-News-Ticker. Netzneutralität. Der EU-Ministerrat sieht da keinen Handlungsbedarf. Das bedeutet, er glaubt, hier ist alles okay. Das ist übrigens der gleiche EU-Ministerrat, der Provider per Akta zwingen will, alles zu sperren, was nicht bei drei auf der Palme ist. Stellen Sie sich mal vor, was los wäre, wenn die Post sagen würde, dass sie keine Briefe mehr nach Düsseldorf zustellen würde, aus irgendwelchen Gründen. Oder wenn die Telekom sagen würde, dass sie keine Anrufe mehr ins Telefonnetz von Konkurrenten durchstellen würde. Diesen ungehinderten Datentransfer im Internet sieht man also nicht gefährdet. Aber so ist das halt mit Blinden. Die haben so ihre Probleme mit dem Sehen. Das Einzige, was man derzeit als Kunde machen kann, ist den entsprechenden Provider anprangern. Den Provider, der die Netzneutralität mit Füßen tritt. Eine Möglichkeit ist dafür, Link finden Sie in der Beschreibung. Respect my net unter respectmynet.eu Hier die entsprechenden Informationen. Und dann haben wir hier auch noch einen Karteireiter für Fälle. Klicken wir da mal drauf. Dann bekommen wir nämlich hier eine sehr schöne Auflistung von Europa, was wo gesperrt wird. Und ich werde jetzt hier einfach mal beispielhaft Deutschland anwählen. Und dann sehen wir dann zum Beispiel die Telekom. Da hat jemand gemeldet, dass YouTube verlangsamt wird. Er hatte, also der, der das gemeldet hat, der hat dann einen DSL 16.000er Anschluss gehabt. Und das ist von elf anderen Personen bestätigt worden, diese Verlangsamung. Naja, jedenfalls können Sie diese Liste einfach mal absuchen nach Ihrem Anbieter und dann entsprechend eventuell die dort eingetragenen Werte ebenfalls bestätigen oder neue hinzufügen, falls Ihnen etwas einfällt oder auffällt. So hatten wir zum Beispiel über Twitter gestern gefragt, ob bei unseren Zuschauern auch www.demonoid.me gesperrt ist. Und da steht nämlich jetzt hier zum Beispiel bei Unity Media, das ist unser Provider. Und wir haben zwar jetzt glaube ich nicht unbedingt drei Play, aber gesperrt ist es bei uns auch. Und wie halt über Twitter als Feedback bekommen, so ziemlich bei jedem anderen auch. Man muss schon über eine Proxy ins Ausland ausweichen, um auf die URL zugreifen zu können. Weitere Informationen kann man sich dann besorgen, indem man hier einfach auf die entsprechende Spalte mit dem Dienst klickt und das Ganze öffnet. Dann sieht man dann hier eben, so, man bekommt eine Fehlermeldung, HTTP-Fehler 500. Allerdings kein Problem mit einem VPN. So, rufen wir das Ganze mal auf. So, hier bekomme ich jetzt auch den Fehler 500. Und wenn ich das Ganze zum Beispiel über das Tornetzwerk aufrufen würde, dann funktioniert das Ganze ganz normal. So, und das ist jetzt nicht mal eine richtig üble Seite. Das ist eine ganz normale Torrent-Seite. So wie sich das mir hier auf den ersten Blick darstellt. Also jetzt kein heftiger Porn oder ähnliches. Ganz normaler Kram halt. Wahrscheinlich nicht mal illegal, sondern einfach nur, es geht denen hier um den Traffic. Insofern, wenn ich das also bestätigt habe, dass das für mich auch gilt, kann ich jetzt hier Unity Media MeToo draufklicken, E-Mail-Adresse, info-at-semper-video.de angeben. Okay. So, danke für die Bestätigung. Und das war es dann auch schon. Sieht also ganz so aus, als wenn sich die da alle abgesprochen hätten. Und insoweit fragt man sich schon fast, wann die Kriterien für das Bundeskartellamt erfüllt sind. Für den normalen Benutzer ist das eigentlich Zensur. Keiner merkt das, dass die Webseite auf einmal hinten runtergefallen ist, da ja keiner in Deutschland die Seite aufrufen kann. Insoweit, das muss uns nicht unbedingt gefallen. Wir können das natürlich jetzt hier entsprechend melden und dafür sorgen, dass Deutschland dann hier in Bezug auf Netzneutralität besonders schlecht in der Karte dasteht. Irgendwann merkt das dann vielleicht auch doch nochmal der Bundestag. Okay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020